Hallo und herzlich willkommen bei Wattebällchen TV. Hast du dich schon mal gefragt, ob dein Hund eigentlich Gedanken lesen kann? Oder hast du schon mal den Ausdruck gehört, wie der Herr so das Geschirr? Heute geht es um das Thema Stimmungsübertragung und ob sich dein Stress eigentlich auf den Hund auswirkt in Zeiten wie diesen. Ich bin Janita, ich bin Hundetrainerin, ich zeige dir, wieder eine vertrauensvolle Bindung mit deinem Hund aufbaust, um Angst und Aggressionen in den Griff zu kriegen und wieder Spaß gemeinsam zu haben. Und wenn du es noch nicht hast, nicht vergessen, Channel liken und abonnieren und schreib mir doch mal in die Kommentare, ob du schon mal das Gefühl hattest, dein Hund spiegelt dich total. Und ja, viel Spaß! Okay, also, wir leben jetzt in einer Zeit, das klingt immer so ein bisschen wie in einem Land von unserer Zeit, nein, wo Inflation ein Riesenthema ist, wo wir aus einer Pandemie rauskommen oder auch nicht, oder wie auch immer, mit einer Pandemie leben und die Menschheit oder viele Menschen stehen unter einem erhöhten Stress. Das wirkt sich auf unsere Hunde aus. Warum? Da gibt es zwei Theorien dazu. Das eine ist, die, die sagen, unsere Hunde spüren unseren Stress und sind empathisch veranlagt. Die anderen sagen, unsere Hunde sind einfach wahnsinnig gut im Beobachten und deswegen kriegen sie mit, wenn irgendwas nicht so in Ordnung ist mit uns. Tatsache ist, und da sind sich beide einig, dass unsere Hunde davon beeinflusst werden, wie es uns geht. So. Das heißt, deswegen ist es auch nicht egoistisch, wenn du jetzt schaust, dass es dir selber gut geht und dich an erster Stelle stellst. Das ist wichtig, weil nur, wenn es dir selber gut geht, kannst du auch 100% für dein Hund da sein. Und, wie gesagt, der Hund kriegt das mit. Es geht sogar so weit, dass viele Hunde, wenn ihre Menschen irgendwas körperlich Einschränkendes haben, dieselbe Einschränkung entwickeln oder was sehr ähnliches von den Symptomen her. Auch da, wie gesagt, das ist nicht, keiner weiß herum. Es gibt da auch wieder Theorien dazu. Aber Tatsache ist, unsere Hunde sind wahnsinnig eng mit uns verbunden. Das heißt, wenn es uns nicht gut geht, unsere Hunde werden davon beeinflusst und kriegen das natürlich mit. Was kannst du jetzt machen? So ganz banal. Das erste, was ich auf jeden Fall empfehlen würde, ist, keine Nachrichten schauen. Das sagen viele amerikanische Coaches zum Beispiel schon seit sehr langer Zeit. Und der Punkt darin ist einfach, dass Nachrichten mittlerweile nichts anderes tun, als Angst zu verbreiten und schlechte Emotionen. Weil das halt einfach medienträchtiger ist. Keine Ahnung. Die Wahrscheinlichkeit, dass du dich gut fühlst, nachdem du Nachrichten schaust, ist relativ gering. Das zweite ist, schau, was sich gut für dich anfühlt oder womit du dich gut fühlst. Und davon machst du mehr. Das kann jetzt egal was sein. Lesen, eine Massage, in der Natur sein, was mit dem Hund machen, Freunde treffen, was auch immer. Aber dass du einfach immer wieder das Gefühl erlebst, mir geht es gut. Und eins, was mir zum Beispiel ganz gut hilft, ist, mir immer wieder vor Augen zu halten, das ist nicht die erste Krise, die die Menschheit durchlebt. Wir sind nicht die erste Generation, die sowas erlebt. Die Menschheit ist halt einfach ein bisschen belehrungsresistent. Und leider, obwohl uns eigentlich die Vergangenheit zeigt, dass Kriege scheiße sind, müssen sich jetzt wieder Leute die Schädel einschlagen. Aber wie gesagt, wir sind nicht die erste Generation, die das durchmacht. Und alle anderen Generationen haben es überlebt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir aussterben, ist jetzt nicht so hoch. Und ich weiß, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt so hilfreich im ersten Moment. Aber wir sind wahnsinnig flexibel. Die Menschheit ist wahnsinnig flexibel und anpassungsfähig. Und wir werden auch das überleben. Und auch keine Rezession hat bis jetzt für immer angedauert. Rieseninflation und so weiter. Das hat ein Ende. Das ist endlich. Und wir kommen auch da auf der anderen Seite wieder raus. Also nicht den Kopf in den Sand stecken. Positiv denken, so weit wie das möglich ist. Ja, das geht nicht immer. Und natürlich haben wir schlechte Tage auch. Okay. Aber versuch dich auf das zu konzentrieren, was gut ist. Und es gibt immer irgendwas, was gut ist. Okay? Damit wünsche ich dir super viel Spaß mit deinem Hund und ein Haufen Good Vibes. Bis zum nächsten Mal. Bye.